Letzte Handgriffe, dann blickt Halva in die Zukunft. Nach vielen Monaten Parkschließung öffnet der Holiday Park mit einem neuen Thema. Ja, wir werden jetzt bald das neue Wikiland eröffnen. Und in Wikiland finden sich zwei große Fahrattraktionen. Das eine ist der Splash Battle, also eine Bootsfahrt, vorbei an Wikinger-Szenen. Und die Familien können in den Booten mit Kanonen, die muskelbetrieben sind. Man muss da also kurbeln, um das Wasser hochzupumpen. Andere Boote nass spritzen. Die können die Personen an Land nass spritzen. Und was wir jetzt in den nächsten Wochen noch einbauen werden, sind Animatronics, also Figuren, die dann entsprechend reagieren, wenn sie auch nass gespritzt werden. Also das wird eine feucht-fröhliche Wasserschlacht vom Boot aus. Und direkt daneben befindet sich die große Welle, ein sogenannter Disco-Coaster. Das ist also eine Art, eine Mischung aus Karussell und Achterbahn. Es ist ein großes Rad, auf dem man sitzt mit dem Gesicht nach außen, wo man dann wellenmäßig die Achterbahnschienen abfährt und dabei sich im Kreis dreht. Die ganzen Visuals und so weiter, die ergeben sich natürlich aus der Serie Wiki und die starken Männer. Das heißt, das Land musste dann genau an diese Serie angepasst werden und optisch auch so aussehen. Aber dadurch, dass wir das alles mehrfach machen in vielen Parks in Europa in der Zwischenzeit, haben unsere Designer und unsere Bauabteilungen da wirklich schon gute Erfahrungen und konnten das ziemlich schnell auf die Beine stellen. Wir haben jetzt in diesen Bereich ungefähr zwölf Millionen Euro investiert. Ein Teil geht natürlich in die Technik und in die Fahrattraktionen selber. Aber gerade bei so einem Projekt geht natürlich ein sehr, sehr großer Teil auch in die Thematisierung, in die Dekoration. Die Beschlüsse der Landesregierung zur Öffnung des Parks kamen unerwartet. Wir freuen uns natürlich, dass es jetzt vorwärts geht, dass die Mitarbeiter wieder arbeiten können, dass wir endlich wieder Gäste begrüßen können, dass es vorwärts geht. Was das Wikiland angeht, wurden wir jetzt ein bisschen überrascht, weil es waren für die kommenden Wochen ohnehin Arbeiten geplant, die sich verschoben hatten. Wegen Lieferengpässen, Corona-bedingt. Die Animatronics und einige Deko-Elemente, die konnten im März nicht geliefert werden. Wir hätten das Land so aufmachen können, aber die Arbeiten waren jetzt für den Juni terminiert. Und die lassen wir natürlich jetzt auch weiterlaufen, obwohl wir jetzt von den Öffnungsbeschlüssen überrascht sind. Das heißt, der Park wird am Samstag aufmachen, das Wikiland dann ungefähr drei Wochen später. Natürlich war es jetzt auch wirklich sportlich, unsere ganzen Lieferanten dahin zu bekommen, dass die innerhalb von vier Tagen unser ganzes Sortiment liefern können und so weiter. Es sind auch noch nicht alle Sachen da. Das wird heute bis spät abends gehen, aber morgen machen wir auf. Wir suchen noch Leute. Uns geht es genauso wie vielen anderen in der Gastronomie. Durch die lange Schließungszeit haben natürlich einige Mitarbeiter sich etwas anderes suchen müssen. Das ist auch vollkommen verständlich, dass nicht jeder warten will und warten kann, bis irgendwann die Freizeitbranche wieder aufmacht. Umso dankbarer sind wir für die, die das mit uns zusammen durchgestanden haben. Aber einige Stellen müssen wir wieder besetzen. Da sind wir gerade aktuell dabei. Aber wir suchen auch noch Mitarbeiter in allen Bereichen, Gastronomie, Kasse, Parkplatz, Vollzeit, Teilzeit. Stellen haben wir im Moment genügend zu vergeben. Wer Interesse hat, kann sich gerne jederzeit beim Holiday Park melden. Wer Interesse hat, kann sich gerne jederzeit aufbauen, gerne jederzeit im Moment mit ihm zu vergeben. Wenn eine ganze Zeit der Schilderzeit ist, 004-4000 Seiten. Und wenn wir wieder einmal mehr.